Mein Name ist Leon und ich bin Softwareentwickler bei KEVOX. Ich arbeite gerne bei KEVOX, weil ich bei KEVOX meine Freiheiten habe. Ich kann selbstbestimmt arbeiten. Ich habe ein sehr schönes Arbeitsklima hier. Grundsätzlich kann ich gar nicht den üblichen Arbeitsalltag bei KEVOX beschreiben. Denn jeder Tag ist eigentlich anders. Wir fangen meistens morgens mit dem Gesamtmeeting an, gefolgt von der Planung, was wir den Tag über machen. Und dann geht es um die Arbeit. Am meisten Spaß bei KEVOX macht mir der technische Austausch mit meinen Arbeitskollegen. Von unseren Führungskräften halte ich sehr viel Spielraum, sodass ich sehr viel Spaß habe bei der Entwicklung. Im Prinzip ist das Team ja eigentlich sehr offen, sehr familiär. Selbst mit jedem Problem kann man eigentlich zu allen oder zu jedem gehen. Also mein Arbeitsalltag ist ja eigentlich so, dass wenn ich ein Problem, ich kriege eine Problemstellung, die soll ich dann einmal versuchen zu analysieren, zu schauen, wie schaffe ich das jetzt, das Problem zu lösen. Und dann stelle ich das entweder für mich hervor oder ich fange mit der Entwicklung an und am Ende schauen wir dann, ob das Endergebnis dann passt.